Willkommen zu Mr.Hilo! Warte! Je länger du wartest, desto mehr Angst für mich am Sprotten wirst, oder? Was ist das? Was hast du gemacht? Ich wurde zu einem Gott! Hast du die Blitze, oder was? Mach raus! Er hat die Blitze! Ja, du hast den Blitz, bist du, ist doch schön! Hallo! Ich habe mir noch keinen Sparen gesammelt! Ja, hilf mir mal bitte mit deinem Blitz! Schieß mal einen Blitz raus! Warte, jetzt komme ich raus! So, bitte! Ich bin jetzt mal losgelaufen! Da jammerst du rum über, wir sind nicht in richtigen Teamklamotten und wir haben nicht das Richtige an! Und dann läufst du halt im Solo-Spiel irgendwo in den Baum! Ja, genau! Ich prob jetzt mal, was hier so los ist! Einiges, so wie es aussieht! Ja, hier ist Action, Alter! Hier Gegner? Wenn wir jetzt halt jetzt mal wieder ein paar Bots killen! Warte! Diese Waffe ist ja maximals bescheiden! Welche? Hier! Da gibt's so ne Pump! Die ist ja maximals! Ja! Die schießen ja ewig lang gar nicht! Die schießen ja ewig lang gar nicht! Oh, kannst du aber gedrückt halten! Ja, gedrückt halten, kannst du sie? Ja, läuft eine! Sehr schön! Gut gemacht, Team! Über uns! Ich dachte, es gibt keine Münzen mehr! Na ja, schau mal auf die Karte! Oh mein Kopf, geil? Nee! Ja, ja, hab ich gerade schon gesehen! Laufen über uns! Einer ist auf der Brücke jetzt vielleicht! Yeah, that's me! Ah, der snipet hier böse runter! Serothen! Einen down! Stark gemacht! Richtig gut abgelenkt! Diese Waffe hier, die ist auch komisch! Das ist doch hier, ist das jetzt hier ein Snipe? Oder? Ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz! Nee! So, genau, die Fallschelftung! Wow, wow, wow! Warte mal! Das ist ja gar keine Chance gegen die Blitze, eh! Das ist ja richtig ekelhaft! Ich bin nicht schnell genug mit dem blöden Flügel! Nice Teamwork! Da kommt noch einer! Schritte! Danke, Herms! Du bist Sanitäter! Jetzt braucht ihr auch nicht mehr kommen! Ich hätte ihn auch leben lassen können! Hey, kein Ding! Den anderen! Mach ich das nächste Mal! Hä? Was ist das denn, dass du Käse gehst? Wir kommen zu uns! Hä, wo ist denn mein... Oh nein! Nice! Nein, nein, nein! Willst du die wieder haben? Nein, nein, nein! Behalt sie gerne! Ich hab jetzt nur zwei Pumps! Ja, ich komme! Einen Daumen! Schön! Ja, jetzt bin ich gleich tot! Hä? Stehen die alle auf uns drauf, oder was? Ich muss jetzt erstmal wieder hochkommen! Deiner war hier oben, ne? Ist da noch einer? Hey! Haben wir alle? Äh... Was passiert mit mir, wenn ich in dem Wasser springe? Ich hab jetzt so ein hohes Ding! Das ist nur ein Fluss fix! Ah nein! Also wenn sie es schichtlich aktiviert gemacht haben, dann sterbe ich nicht! Dann bin ich jetzt unverwundbar! Nur an einer Stelle kann man mich treffen! Ah, da passiert nix mit! Was? Eine Pfanne! Meinst du nicht, dass es ein Brunnen gewesen ist? Kann auch sein! Mehr weniger Brunnen! Nö, da werden die Leute drinnen gebraten! Egal! Scheiße ist offen! Dann halt nichts! 216er! Ich hab keinen Snipe! Gut! Hier hinterm Baum! Gut! Da im Haus ist einer! Ich wusste jetzt nicht, wie weit die gehen! Gehen die bis nach unten? Gehen die bis nach unten? You won't do that! Du willst jetzt nicht wirklich resen, oder? Doch! Ich krieg keinen Enkel auf ihn, komischerweise! Hauptsache, er drückt mich! Ich hab ja nochmal 40 Schaden gemacht! 80er Hit! Oh, ich hab meine Vögel verloren! Wo sind die denn? Ja Brehe! Ich... 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 Ich komm auch leider nicht runter! Ich komm auch leider nicht runter! Ich hab keine Vögel! Obendrauf zum Jumpen! Ja! Ich... schneller ja aber ich du bist früher als ich gelandet ja du musst den fischer mal schnell aufmachen neben bist du herzlich reingehüpft ich weiß es kann wirklich nicht was können wir machen johann wir müssen passiv spielen wir müssen uns verstecken und sobald die anderen was ich habe gesagt sagen sobald die anderen beiden in zeit gehen er wartet ich kann noch was abgeben guck mal hier ich überlebe es nicht ich habe nur 30 live easy nice ja 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 ja